Meine Gefühle Kompetenzbereich Natur Gefühle wahrnehmen und differenzieren Die Kinder sitzen oder stehen im Kreis. Einige von ihnen bekommen einen Begriff mitgeteilt, wie zum Beispiel stolz, überrascht, grantig oder zufrieden. Je ein Kind geht dann in die Mitte und spielt sein Gefühl vor. Wer erräht nun als erstes das gesuchte Wort? Variationen des Spiels sind zum Beispiel, dass die Kinder der Reihe nach das dargestellte Gefühl raten, bis es gefunden ist, dass die Lehrperson die Gefühle darstellt oder dass Bedürfnisse oder Wünsche gespielt werden. Ergänzend sei noch angemerkt, wenn Kinder Schwierigkeiten haben, einzelne Gefühle passend darzustellen, kann mit der ganzen Klasse die jeweilige Körpersprache des Gefühls behandelt werden. Ich freue mich auf das, was ich falsch verweilige Körpersprache des Gefühls behandelt. Als damping des Gefühls behandelt werden, dass die Flaschge dient und die Entscheidungsküpfung verurscht sind. Ich freue mich auf das, was ich schwierig zu tun. Wir werden die Übernahme der Körpersprache des Gefühls behandelt.